Hallo, ich heiße Gerhard, wohne in Costa Rica und mache Real Estate, Immobilienmakler. Es gibt hier sehr viele Strände, es gibt hier sehr viele Berge. Die Leute lieben es zu kaufen Grundstücke, nicht nur hier auf den Bergen, an den Stränden, eigentlich in ganz Costa Rica. Und was kann ich sagen, ich liebe es hier und die Leute lieben es auch. Es sind sehr viele, sehr viele, sehr, sehr viele gute Leute hier von der ganzen Welt. Dankeschön.